ich geh mit auf ihm mit alter alter zu eine kacke auch aber war wenn alle treffen wir hier könnt die ausnahmen braucht das mit so unsicher ich habe noch eine andere waffe wo ich Rüstung ignorieren kann das passt das wäre was für mich jetzt haben wir ne Geiste noch jetzt haben wir alle keine Dingenskirchenheiligtümer mehr ja sollen wir uns mit drei Felshulken anlegen oder erstmal zurück in die Stadt gehen erstmal wir sind kurz vor dem Level ab zumindest du ja was müssen wir jetzt überhaupt machen wir müssen noch hier auf die Schurkeninsel die ungefähr glaube ich hier ungefähr so sind im Osten auf der Insel oder irgendwie bei Teufelswerft da mhm ah ok wir müssen wir ungefähr hin wir müssten glaube ich eigentlich wie immer immer hin für ein Schiff ok ja ja jaja 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 chroni jaja Mh-hm. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Handschiff und Schiffverbot und so? Ich glaube, es kann die Krake kommen. Ich glaube, dass die Lebenspunkte da sind. Ah, okay. Mh-hm-hm. Fluss ist einfach einmal. Es ist weg. Okay. Wenn wir uns los sind, dann ist das alles. Ist so zum Video, als würden wir alle sterben. Dienste, Schiffsreparaturschiff zurückholen. Oh ja, gar nichts machen. Nö. Müsste ich rein. Wir könnten auch noch Goblinlager Level 3 auseinander nehmen. Ja. Ähm. So schwer dürften die nicht sein und wir könnten vielleicht noch ein Level Up mitnehmen. Mh-hm. Mhm. Mh barrack. Mh. 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 Das ist aber Frost. Ah, nee, komm. Nee, das würde ich jetzt lossen. Nicht für irgendwelche Thresh-Mobs. Hm. Alter. Boah, Junge. Naja. Kamelze. Flächenangriff. Boah, ich mach mit dem normalen Fass kaum Schaden. Eigentlich mach ich fast kaum Schaden. Nice. 20, die haben schon 18 so. Boah. Ha. heftig schade so wollten wir auch mal deine pfeife aufwerten gehen stimmt ja können wir jetzt ja in paris machen kannst ja mal kurz dazwischen kommen ich gehe mal zu ronny mitnehmen wir haben 700 dann kommen jetzt einmal dazwischen wie viel brauchst du denn für das das ist eine gute frage als ich das letzte mal geguckt hatte waren es erst mal alles über genau gibt erstmal alles da muss ja sowieso zu uns runter kommen dann kann es dir wieder zurück geben vielleicht findest du ja auch noch was was wir brauchen können ich komme mit also hole ich mir die drachen pfeife also ich sehe nichts für mich ich sehe ja auch nichts gucken mal kurz im inventar ob ich was verkaufen kann was ich sehe mich차� gigantic wirst du schön ich sehe mich das lohnt man es helemaal nie wirst du schön Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe da mal auf das Shit. Gruppe ab und. Und wir setzen bloß bis zur Insel rüber, ne? Wir müssen was suchen. Maximal auf Fokus. Müsstest du dir das gleich noch mitnehmen, das sei eigentlich du? Soll ich mir das mitnehmen? Na, da hättest du noch mal zwei Fokus mehr. Ja, du hast ja nicht allzu viel Fokus. Ähm, Seruletten war hier. Lol. Toll. Okay. Kann man ja mal machen. Also zur Teufelswerft sollen wir hin, ja? Mhm. Bietet Schutz, Ausrüstung, Dienste und zusätzliche Arbeit. Ach, vielleicht ein Questbrett oder so? Wie kann man jetzt darauf zugreifen? Ach da. Gottesbad, drei Stück. Na, der. Hast du ein Questbrett oder so? Gut, Chaos zurücksetzen bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht ein bisschen Gold oder ein Gegenstand oder so? Wäre schon ganz nice. Das ist eine Keule. 20 körperlicher Schaden, ein Hand. Oh, oh, oh. Questbrett, Gegenstand. Da müssen die so einen Taurenstreiter besiegen. Hm. So, warte, ich gebe erstmal das Geld zurück. Wieso wird er bei mir als Vergleichsgegenstand? Weltzahle ist ja links angezeigt. Weil Kamels, der dran ist. Ach so. So, Questbrett. Was sollen wir machen? Das wäre der Gegenstand oder das halt das Gold. Dann auch wieder 60. Gold oder im Gegenstand. Aber 20. 60 Gold ist doch wenig. So, jetzt ja. Hm. Ist die Keule gut? Noch nicht wirklich, ne? Die wäre eher unter meinem jetzigen, aber das wäre ein Einhand. Und mein jetziger... Man kann das dann Schild nehmen noch. Ja, das ist ja. Ja, ja. Sollen wir die Keule, sollen wir für die Keule machen? Kann man machen. Forse Keule? Forse Keule. Keule. Okay, Keule. Aha. Also, da müssen wir hinschippern. Gut. Dann kann ich jetzt zurück auf das Boot. Aha. Äh, wie rum oben rum, wa? Ja, gut. Hätte man wissen müssen. Sag mal. Was hat denn das da mit der Krabbe auf sich? Ach so, das ist bloß so ein... Gegner. Hm. Vielleicht nicht knaps. Piratenschiff. Ah... Oha, 48 Gold. What the fuck? Okay. Alter. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020